Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pass auf! Was? Die Brücke! Warten Sie kurz, wo ist die Mumie? Er wollte sich etwas besorgen, damit er besser zu uns passt. Besser zu uns passt? Wie soll er denn bitte besser zu... Nein, das glaub ich jetzt nicht. Ich kann das auch nicht glauben. Und ich kann nicht glauben, dass die Leute hier alle sowas anziehen. Der Fummel ist echt schräg. Ja, 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 ja. Und wenn du sagst, ich würde auffallen... Ted! Du hast diese Schönheit geküsst? Es ist Sarah! Ted! Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Das geht mir auch sauber. Wow! Sie sind gute Freunde. Ted! Sarah! Ich bin so froh, dich zu sehen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Ihnen meine wichtigste Entdeckung zu präsentieren. Die Papyrus-Rolle von Mida. Oh, Mann. Wenn dieses Halsband wirklich existiert. Midas goldene Berührung. Die macht alles, was man berührt, in Gold zu verwandeln. Ich bin auf dem Weg, Sarah. Ted Stones wird den Fall lösen. Hä? Oh, nein, 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 nein. Du wirst nicht mitkommen. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja! Ich bin der König der Welt! Au! Hey, komm zurück, du wisserser! Gib mir das Notizbuch, oder du wirst sie nie wiedersehen. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ah, meine Beine! Oh, nein! Ihr habt diesen Idioten entkommen lassen. Er ist ein Genie, Sir. Absoluter Profi. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! Du bist so längst tot. Renn! Aus dem Weg! Was ist das denn, Irriss? Na, das nenne ich meine Party. Oh, Entschuldigung, das tue ich immer, wenn ich, äh... Du hast wirklich keine Selbstachtung, oder?